Die Visualisierung der Werkerführung und des Positionserkennungssystems von Sarissa kann zukünftig von einem Laserprojektor übernommen werden. Wo bislang noch Bildschirme, Projektoren oder Pick-to-Light-Systeme nötig waren, werden alle damit verknüpften Nachteile durch eine Innovation von Sarissa beseitigt. Der Laser projiziert präzise und hell sowohl an den Bereitstellungsbehältern als auch auf dem Werkstück die Greif- und Montagepositionen. Erreicht der Montagemitarbeiter mit seinen Händen oder mit Werkzeugen die eingelernten Positionen, wird dies vom Sarissa-System sicher erkannt und der Laser wird auf den nachfolgenden Schritt gelenkt. Greift der Mitarbeiter versehentlich in die falsche Bereitstellungsbox, wird ihm dies mit Hilfe des Laserprojektors sofort angezeigt. Er erkennt seinen Fehler und kann den Arbeitsschritt ohne teure Konsequenzen korrigieren. Die Handbandage ist in unterschiedlichen Größen verfügbar und kann über dem Arbeitshandschuh getragen werden. Der Positionssender wiegt nur 21 Gramm. Wird das Werkzeug versehentlich an der falschen Position angesetzt, bleibt es gesperrt und der Laser zeigt eine eindeutige Markierung. Der Werker korrigiert seinen Arbeitsschritt und der Fehler kann erst gar nicht passieren. Dass die jeweils voreingestellten Parameter der einzelnen Verschraubungen erreicht werden, zeigt das Smart Tool im Display oder mit Hilfe von LEDs am Werkzeug an. Das Smart Wireless Triplet wiegt 34 Gramm, arbeitet selbst im Dauerbetrieb über 10 Stunden und kann mit nur einem Handgriff und ohne Werkzeuge ausgetauscht werden.